Ist da ein E-Platz LED da? Ja. Ja, da wurde Kamerl da drin. Ich war ja gesagt, ich war nur noch irgendwie, keine Ahnung, weil ich hab's ja als Geschenke gekriegt. Ich weiß noch, wir haben uns hier schon mal angeschaut und ich weiß noch, dass die nicht künftig war. Wie hast du die beiden kennengelernt? Ja, ich hab's ja auch. Die beiden wurden mir vorgestellt von meiner lieben Freundin, die damals noch in direkter Nachbarschaft mit den ehemaligen Altenwissern, die dann hier sieb war. Und sie hatte die ehemaligen Altenwissern, die dann erschienen, keinen Stress mehr anbieten. Und daraufhin rutschen die beiden, die dann rutschend ein neues Zuhause zu haben. Ja, das ist ja doch nicht so weit. Ja, das ist ja nicht so weit, aber es kommt eben auch nicht so zu weit aus.